Herzlich Willkommen zum fünften Teil der Vlog-Reihe aus Serbien. An dieser Stelle erstmal liebe Grüße an den Almin, der mich sehr erfreut hat mit den Kommentaren auf den letzten Videos. Vielen Dank an dich, freut mich immer sehr zu hören. Jetzt geht es los mit dem Vlog Nummer 4. Wir waren heute in Delta City, das ist ein weiteres Shopping-Center in Belgrad. Hier sehen wir übrigens gerade eine Ladentour. Und danach waren wir, ja, zu Hause nochmal und danach sind wir nochmal in die Stadt gegangen, haben dort was gegessen und, ja, bisschen durch die Stadt gelaufen. Also viel Spaß! Und, genau, ja, fällt mir gerade ein, wir waren noch in einer schönen, ja, wie ihr hier seht, ja, ist einfach so eine Ecke, wo man spielen kann. Alle möglichen Sachen, Flipper, Automat oder auch einfach nur Kran oder diese, ja, Hockeymaschine. Also viel Spaß beim Video, bis dann, bis morgen, euer Ex-Videos und Ex-Videos und Ex-Videos. Tschüss, tschüss! Teil des E Новigen. Kleine Ex-Videos Kleine Ex-Videos Weinen K teeth, footprints, Schmutz Ja, das ist ja noch ein paar Jahre. Ja, das ist ja noch ein paar Jahre, also die Knotation. Ja. Ja. Ja, das ist ja noch ein paar Jahre. Ja. Ja. Ich bin gerade mit dem Knotation. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020